Zu spät, zu spät. So, hallo, ich bin neu zu willkommen. Bei, äh, Left 4 Dead. So, ich mach ihn leiser. Ah, komm, 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 komm. Was hast du davon? So, äh, ich tu dich, nee, ich tu noch nicht. Nein, ich hab dich gerade, ach egal, ich bin Boomer. Fuck ja, ich bin Boomer. Boomer tut jetzt angreifen und er ist tot. Scheiße. Blöder Franchise. Oh, der hat gewonnen. Bin ich jetzt Zombie? Willst du, oder? Na, kann man, oder? Ja, willst du, oder willst du nicht? Ja, nein, egal, ich kann mir doch besser. Okay. LOL. Jetzt geht's weiter, ne? Nächste Sache und so. Ich glaub, du bist jetzt, du bist jetzt Zombie, oder? Welcher bist du eigentlich? Ich bin Francis jetzt. Loil, aber warte mal. Ich bin genau bei eurer Babes. Ja, du kannst dich jetzt auch bewegen und bist jetzt in Crackle. Und, ähm, du kannst halt irgendwo hin. Kannst halt irgendwo hin und wenn da steht, äh, zum Linksklicken spawnen, dann kannst du spawnen und dann geht's los. Oh, so, ich kann da rein. Oh, so, ich kann da rein. Ah, Blaber. 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 Und Blaber. Ich seh' nichts, helf' euch. Okay. So. Ähh, blablabla, blablabla. Ich hab grad nen Cucon bekommen. No, no, no. No. Er hat den Cucon. Du kannst mich nicht bewegen. Mann, warum hab ich... Ich hab nur ne Sekundärwaffe, keine... Jetzt seh' ich dich, jetzt seh' ich mich. Oh. ich bin das, was noch nicht ist ein infizierter die Schlagte mit Medikamente kommt obwohl, nein, eigentlich nicht ja, ich hab den Fernseher kaputt gemacht oh, entschuldige, ich hab Bill abgeknallt lass mal nachhören hier Martin, hol deine Kopfhörer raus ja das hört man ja, okay, was? warte, ich mach dich ja, okay besser viel besser, dankeschön wo bist du? wo ist der Rücken mit Läub ich bin jetzt unten echt, du bist schon unten? ja 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 ich mach dich leiser ja, ich hab's erwischt ja wegen der blöden Wütsch egal und tot blöd ja, okay, ich bin jetzt wieder ein Mensch ja yeah wieso der ist voll merkwürdig ja, keine Ahnung ja, wo? wo, wo, wo? wo, wo, wo? ja, wo, wo? Ich hab dich einmal gezogen. Ich bin Smoker, 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 so gib mir die U-Bahn, so raus hier, blablabla. So, das ist ja wirklich mein Weg, seit ich von dem Aziz entfernt bin. So, und jetzt setzen wir uns auf die Bank und warten. Wie bist denn du? Dein Arsch. Wow. Juhu, ich geh in die U-Bahn und warte, dass ich... Nein, ich bin nicht. Was für Vorsicht, komm mit. So, ich geh in den Zug rein, mach die Tür auf. Bitte, wir sind ein Zombie. Boah. No, no, no. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Kann man die Tür aufmachen? Bitte, mach die Tür auf! Ich will noch die Tür auf! Oder ich beiß sie auf, was auch immer. Will sie aufbeißen? Ich mampfe sie auf. Ich mach dich put! Ich mach dich put! Ich hab dich! 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 Nicht! Du mit den Doppel-Doppel-Pistolen oder was auch immer. Was heißt das von mir? Have Gott Sein! Okay, ich bin jetzt sterben. Weg, ween, ween, ween Oh 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 Jea, ich habe wieder Kotzen Zeit Ankotzen Oh man Tötet mich bitte Bitte töte mich! Töte mich! Ja! Ich bin tot! Warte, was? Ich bin Hunter! Fuck ja! Hunter! Hunter Time! Hunter Time! Mega Time! Ich will nicht! Springe nicht! Dankeschön! Das war's nicht, du aber ich weiß. Das war's nicht, du aber ich weiß. Das war's nicht. Ich hab mein Team gerne gemacht. Boah, geh doch weg! Egal, irgendwie neben mir die... Entzwecker! Ich bin Volker! Komm her! Oh Mann! Oh ho ho ho! Ja! Ich hab dich wenigstens getroffen! Ein bisschen! Was passiert, wenn man auf deine Verbündete schießt? Ja, dann kriegen die Schaden! Egal! Die könnte ich nochmal kotzen! Egal! YOLO! Yeah! Ich hab dich angekommen! Der sieht's gerade richtig an! Bitch! Man, ich muss den Koki! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Na gut. Ich aber nicht. Smoker schon wieder, mein Gott. Warte mal, ich muss mal kurz zurück. Warum kann ich nicht Tank sein? Ich will Tank sein. Ich muss kurz zurück. Ja, ich hab Louis getroffen. Und tot bin ich. Ihr habt das hier viel zu ruhig. Am anderen, dann müsste ich jetzt kommen und euch ripen. Ich geh jetzt wieder zurück. Sie laufen mir alle hinterher, diese Lappen. Ich hab Louis angegraupt. Kratsch, 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 oh, okay. Martin, ich komme zu dir und überrasche dich. Versuch's. Versuch's. Okay. Nein! Du kottende Kottstüte, Alter. Ihhh, ihr seht ja voll aus. Leute. Warte kurz. Ein, ein Magen. Warte mal. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen, was für? Jetzt ist es hart. Drei. Also, sagen wir mal so, Smoker ist wie ein Sniper. Der kann von weitem raus lecken. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Ah, komm herauf, komm herauf, bitte. Bist du das? Ja. Yay, ich treffe dich. Komm her. Oh, Mann. Klappen. Warum immer Boomer? Was ist das für... Du Bullshit hier. Ja. Fuck ja, ist ein Boomer. Wie Mensch ist das denn? Alter, ich ist so dumm. G triple. NEIN! Dann doch leise Boomer! MEIN GOTT! Boomer ist echt. Ehrlich. HÄH! Ich mach Breakdance, okay. Breakdance, Breakdance! HÄH! HÄH! Wieso hab ich keine Taschenlampe? I'M GOTTEN! Ach egal. Ha! Ganz sehr harte! Ich muss einmal Munition schießen und alle sind tot. Einmal Munition schießen. Ne, ich muss einmal diese 50 Munition von einer Mac benutzen und alle sind tot. Ja. Also egal wie viele Zombies auf mich kommen, wenn du mit... Ja, das ist logisch. Sonst vernet sich die ganze Zeit eigentlich Pistole. Das ist logisch, Martin. YES! Aha, okay, also mit... Martin, ich, äh, tue nicht rappen, okay? Ich will dich rappen! Lass mich dich rappen! Ja, ich rappe dich! Fuck yeah! Oh man! Oh man! Ja! Ich hab dich rapped! Jetzt wirst du schwanger! Oh man! Oh man! Oh man! Ja! Von einem Hunter! Och man! Und ich lag oben! Ja, Spaß! Mach mal auf hier! Mein Gott! Mach doch mal auf ein... 4 8 die 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 bis zum nächsten Mal und drittet in der Ciao